hallo hier ist martin von meine manke ist das die DAX Analyse für nun Donnerstag den 23. Februar 2023. so unser DAX hat heute die Flagge gezeigt bekommen das war ein ungültiger Versuch das hat nicht geklappt unser DAX hat unten an der Nackenlinie gescharrt von unserer SKS-Formation war da ziemlich präzise dran also hat ja auch ein Trigger mal ein bisschen massiert aber eben nur angetippt er ist nicht drunter gegangen er hat das jetzt noch nicht ausgelöst und wenn man jetzt hier auch schaut ist er jetzt auch aus dem Abwärtstrend ausgestiegen den wir seit dem letzten hoch haben und hat im Nacken einen Dreifachboden da muss man auf jeden Fall auf der Oberseite jetzt sehr 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 vorsichtig sein dass der hier nicht versucht auszureißen wenn ich mir das aber so anschaue aus der Gemengelage würde ich für den Donnerstag tatsächlich eher warten dass uns einfach in dem Umfeld dass ich sag mal im weitesten zwischen 320 und vielleicht sogar 520 einfach nur hin und her springt ja weil mir fehlt hier an sich jetzt ein Impuls dass ich sagen würde der Donnerstag geht richtig krass trenden weder haben wir oben irgendwo was ausgestochen dass wir sagen können okay oder oder unten irgendwo ein Überraschungsmoment stehen dass wir sagen können okay der rennt jetzt richtig unten raus das fehlt mir einfach noch da hätte er jetzt irgendwie drunter schließen müssen dann hätte man sagen können okay wenn der Donnerstag mit Abwärtskipp reinkommt kann der richtig in die Übertreibung gehen und sich richtig lang rausstrecken dass das alles nicht da steht auch zu hoch um hier per Gap sowas jetzt einzuleiten weil bei 350 oder so maximal dann eröffnen und von dort hätte er dann schon wieder bei 280 250 erstmal gut gegen wäre das heißt das wird so nichts werden und auf der Oberseite fehlt ja einfach die Bereinigung um zu sagen okay der geht jetzt hier auf lange Strecke am im Grund also grundsätzlich ist es wisst ihr wir sagen dass fast jeden Tag alles an der Börse möglich ja wir kennen nicht die Zukunft sondern wir versuchen einfach nur aus dem Verhalten was wir aus der Historie vom DAX in bestimmten Situationen zu kennen versuchen wir zu schlussfolgern wie könnte er sich denn morgen verhalten und da muss man sagen typischerweise würde er jetzt in einer solchen Situation eben nicht auf lange Strecke gehen beim oben aber eben auch nicht unten das heißt aber nicht dass er es trotzdem nicht kann ja das ist immer ganz wichtig immer noch ein bisschen vor Augen zu halten was machen wir hier eigentlich ist es hellseherei nein ist es nicht ist es einfach eine Abwägung von Risiken das ist eine Bewertung von Wahrscheinlichkeiten und wenn wir sagen mit ich sag mal 80 Prozent Wahrscheinlichkeit haben wir unser DAX zwischen 520 und 320 einfach hin und her heißt das ja nicht dass er trotzdem was anderes machen kann das nur noch mal ein bisschen zur Betonung dass der ein oder andere das ein bisschen im Kopf fällt wenn ich so eine Aussage treffe das ist nie absolut das ist einfach eine Erwartungshaltung und wir versuchen diese Erwartungshaltung für uns zu nutzen in dem Moment wo wir sehen okay der Markt bewegt sich auch wirklich in dieser Erwartungshaltung ja und Erwartungshaltung wäre eben er kommt vielleicht am Vormittag ein bisschen noch mal nach unten 320-350 dreht sich dann wieder hoch sticht oben noch mal drüber oder macht es auch andersrum es wäre genauso legitim sticht nochmal die 520-550 rein dreht sich dort wieder rum und kommt wieder zurück das wäre meine Erwartungshaltung Positiv überraschend wird er mich mit einem Stundenschlusskurs oberhalb von 1550 sogar weil er sich dann eben Übertreibungspotenzial oben aufmacht oder eben auch ein Stundenschlusskurs unter 1542 weil er sich dort eben den Übertreibungsspielraum unten öffnen würde aus der Position wie er steht finde ich wäre das aber es wäre schon schön wenn er es machen würde aber kann man sich vorstellen dass es hinkriegt das ist eine zu schwierige Ausgangslage weil er wirklich genau mittig in der Range einfach drinnen steht naja es ist ein bisschen schlecht vorgelegt jetzt hier von ihm und von daher fürchte ich eher dass das auf Seite geht naja also gerne der darf der gerne ausbrechen versteht mich da nicht falsch ich hätte gerne irgendwann mal richtig rausrennen aber so rein von dem Schlusskurs auch wie er sich jetzt noch mal hochgezogen hat und positioniert hat ähm ist das nicht unbedingt eine gute Ausgangslage um hier eine richtige Strecke wegzuziehen und wegzuschrauben weil er fehlt um oben rauszustechen fehlen einfach hier richtig Bereinigungen da hätte er tiefer stechen müssen da hätte er irgendwie überraschen müssen so 500 150 und dann voll den Konter das hätte genug Wirkkraft und genug Zwirbel gehabt um hier oben wirklich lang raus zu können ich denke wenn er so oben raus rennt dann tritt man bestimmt im Bereich um 500, 55 dann eben auch schon wieder um ja also das wäre die Erwartungshaltung wie gesagt ein positives Momentum halte ich für realistisch oberhalb von 55 dann rechne ich mit 620, 700, 750 und vielleicht sogar mehr nicht zwangsweise gleich zum Donnerstag sondern über den Freitag dann hinaus aber dann würde zumindest die Strecke erstmal aufmachen und anrennen oder eben geht unten in die SKS-Auflösung die ist ja noch immer nicht aktiviert ja ist dann nicht aktiviert nur weil er an der Nackenlinie rumkratzt ist er noch nicht unter die Nackenlinie gefallen das ist ganz 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 wichtig man muss ja Kerzen drunter ausbilden da reicht es nicht nur ein paar Lunden und Dochte oder in dem Falle ja wirklich hier eben die Lunden dranzustellen sondern muss halt da auch wirklich durch und das hat er nicht getan er hat hier den gleitenden Durchschnitt super verteidigt die Bollinger Bände super verteidigt also da ist noch der ist noch nicht raus hat er nur dran geklappt und deswegen hier klarer kann man sagen Abseitsfehler und einmal nochmal probieren DAX bitte und wie gesagt das würde mir Stand dem Schlusskurs oder der Stand der Ausgangslage jetzt fast eher auf dem Freitag dann passen wie jetzt auf dem Donnerstag also ich kann mir vorstellen dass er am Donnerstag vorlegt um sich am Freitag dann gut zu positionieren aber ist mir zu hoch zurückgekommen rechnen hier eher mit Seitwärtshandel auf dem Donnerstag nun weil es ist für die Käufer nicht eindeutig okay jetzt geht es wieder hoch das ist aber für die Verkäufer auch nicht eindeutig nachdem wir jetzt geht es runter und das genau zwischen den Stühlen steht genau zwischen den Stühlen mit Tisch drin und deswegen werden beide ihre Chancen versuchen wahrzunehmen und das kann sich eben auch einfach zur Seite weg ausladen ja gut Punkt mehr kann ich gar nicht hinzufügen dann wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag noch viel Erfolg gutes Gelingen und dann hören wir uns ja doch wir hören uns nochmal für die Analyse zum Freitag dann ist ein Seminar das heißt am Wochenende ist auch demzufolge keine Webinar für unsere Premium Leute müssen wir mal gucken wann war das sonst oder wann wir das dann einfügen weil ich werde das vorher auf keinen Fall hinkriegen wir treffen uns ja alle noch am Freitag dann schon die Seminarteilnehmer schon auf dem ersten kleines Kennenlernen dann im Hotel schon am Abend und trinken dort noch ein Bierchen zusammen alle und da kriege ich auch kein Webinar hin Montag bin ich wahrscheinlich krepenbreit da muss ich nochmal in mich gehen wann wir das Webinar dann nachholen für die Premium Leute aber Wochenanalyse für den Montag kann sein dass die dann ein bisschen später kommt das Grundsätzliche machen wir mit den Seminarteilnehmern dann zusammen und ja muss mal gucken das ist auf jeden Fall ich möchte eigentlich nur sagen das Wochenende ist bei mir echt voll wirklich bis zur letzten Minute kann sein dass dann vielleicht auch die Montagsanalyse erst ein bisschen später kommt aber wir haben ja noch einen Tag dazwischen naja jetzt gucken wir erstmal was wir machen am Donnerstag dann haben wir noch einen Freitag dazwischen und dann geht es erst ans Wochenende und ja und dann kommt die Zeit nach dem Seminar das ist immer sehr interessant jedes Jahr aufs Neue gibt es auch kleine Marktgesetze aber würde ich jetzt hier gar nicht näher drauf eingehen also ich wünsche euch Spaß viel Erfolg gutes Gelegen und dann bis morgen Tschüss Nacht ok MDR 0 10 30 30 ные